Wir stellen hier den Winibus, den Sonntag-Winibus vor. Das ist eine halbakustische Konstruktion mit hohem Korpus, aber wirken unter den Brücke- und Tonabnehmern. Das sind zwei Hamburger Tonabnehmer, die man einzeln splitten kann und ansonsten konventionelle Schaltung, Dreiwegschalter. Die erste Einstellung ist der Steg-Tonabnehmer in Hamburger. Zweite Einstellung, beide Tonabnehmer parallel. Nächste Einstellung ist der Hals-Tonabnehmer. Nächste Einstellung ist der Steg-Tonabnehmer gesplittet als Single-Coin. Und die letzte Einstellung ist der Steg-Tonabnehmer gesplittet als Single-Coin. Und als allerletzte Möglichkeit beide Tonabnehmer gesplittet. Steg-Tonabnehmer 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 Steg-Tonabnehmer